Willkommen zum F&W Börsencocktail. Heute wird es ganz spannend. Wir haben Philipp Merkt hier im Studio und er wird Ihnen ganz genau sagen, wo die Aktienmärkte hingehen. Dann habe ich noch einen langfristigen Anlagetipp und einen Trading-Tipp. Und zwar jetzt. Von Alphabet habe ich sicherlich schon mal geschwärmt, aber das kann man nicht oft genug tun. Und deswegen sind Alphabet auch mein Anlagetipp für den langfristigen Anleger. Alphabet liegen immer noch deutlich unter ihrem Hoch von 2021. Und deswegen würde mich das auch nicht beunruhigen, dass die Titel jetzt schon einiges gut gemacht haben. Besonders stark ist Alphabet und Alphabet, das ist die Google-Mutter. Für die, die es nicht wissen, sind sie im Advertising, da Werbemarkt. Da sind sie fast unschlagbar und das werden sie auch bleiben. Und das gibt Ihnen den sogenannten auf Englisch Sustainable Competitive Advantage, also einen Vorteil, der auch bestehen bleiben wird. Den wird Alphabet noch lange Zeit haben und da wird auch KI nichts dran ändern. Im Moment sprechen einige Leute davon, dass Microsoft Alphabet da auf den Fersen ist. Das stimmt einfach nicht. Das wird ein Vorteil werden für Alphabet, auch wenn Microsoft da nicht schlecht ist. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, die Bewertung von Alphabet, die gefällt mir im Moment. Also ich würde sagen, langfristig und zwar nicht als Hochrisikotitel, Alphabet der Tipp. Philipp, ich habe jetzt gerade Alphabet vorgeschlagen als Kauf. Technologieaktien generell, die waren ja super seit Anfang Jahr. Was meinst du zu Technologieaktien? Ist das im Moment the flavor of the day oder stehen die auf der Kippe zu einer Korrektur? Ja, tatsächlich können wir eigentlich von einem Technologie-Revival in den USA seit Anfangsjahr sprechen. Der Nasdaq ist ja fast 30 Prozent gestiegen. Der Dow Jones hingegen dümpelt so im einstelligen unteren Bereich. Warum das? Also es gibt für mich eigentlich zwei Gründe. Das eine sind die eigentlich langfristig tieferen Zinsen. Die Tech-Aktien sind sehr zinsaffin und darum auch eine gewisse höhere Bewertung. Aber das ist wirklich nur ein Teil davon. Das andere hast du eigentlich erwähnt. Das ist die künstliche Intelligenz. Ich würde sagen, das ist im Moment tatsächlich Trend, Hype, aber für mich tatsächlich auch mehr als nur Hype. Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwo an einem Punkt sind, wie wir es mal bei den Smartphones waren, dass das einen nachhaltigen Technologiewechsel bringt, dass wir jetzt eigentlich Dienstleistungen digitalisieren können. Daher, ich verstehe den Trend, aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite gewisse Gefahren. Das ist die hohe Bewertung schon bei den Tech-Aktien und dass gewisse Rezessionsrisiken in den USA bestehen. Mich erinnert KI immer so ein bisschen an die Dotcom-Blase. Also damals war ja auch, das war irgendwo um die Jahrtausendwende, da fand man das Internet ganz toll. Und dann ist die Blase irgendwann geplatzt. Das hiess nicht, dass das Internet nicht gefragt war, sondern dass man halt so ein bisschen Etikettenschwindel hatte. Hast du davor auch so ein bisschen Respekt oder denkst du, das ist anders bei keinem? Ich glaube, wir sind bei den Bewertungen noch nicht dort, wo wir es dazu mal waren. Und dazu mal wurden alle möglichen Aktien gehypt, die schon nur ein bisschen Tech im Namen drin hatten. Und hier das Wachstum ist ja vor allem auf ein paar wenige Aktien beschränkt. Also ich glaube, man schaut im Moment schon genau hin oder das Alphabet ist Microsoft, ist Nvidia. Man schaut sicher genauer hin und eben die Bewertungen sind noch weit entfernt. Wahrscheinlich der große Unterschied, die Bewertungen. Ich kann mich erinnern, damals irgendwie PI von 100 war irgendwie ganz normal. Und jetzt ist man doch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen schlauer geworden. Jetzt ist der Weg natürlich nicht automatisch frei für höhere Aktienkurse. Eine Sache, die mich ganz besonders umtreibt, ist die Inflation. Weil man hat uns irgendwie gesagt, das ist jetzt gar kein Problem mehr, das geht Richtung 2%. In der Schweiz sind wir auch fast da. Aber international scheint mir das doch so, als ob die einfach nicht verschwindet. Oder wie siehst du das? Ja, das bewegt mich natürlich auch. Wenn wir die USA und Europa anschauen, dann sind die Inflationswerte schon um mehr als 4% zurückgekommen. Aber das ist eigentlich vor allem aufgrund von den tieferen Energiepreisen. Und wenn man die Kerninflation anschaut, ja, da ist der Rückgang eigentlich noch gering. So weniger als 1%. Bei der USA und Europa oder Eurozone sind bei 5,3% Kerninflation. Das ist natürlich bei weitem mehr, als die Nationalbank eigentlich möchte mit 2%. Also da kann ich wirklich auch noch nicht Entwarnung geben. Und vor allem auch in Europa sind die Leitzinsen immer unter der Kerninflation. Und für langfristig die Inflation in den Griff zu bekommen, braucht es eigentlich positive Realtzinsen. Und da sind sie noch fast 2% entfernt. Was heißt das denn jetzt aus Anlegersicht? Also sollte der Anleger sehr vorsichtig sein, solange wir noch nicht diese Kerninflation unter Kontrolle gebracht haben? Oder muss man den Markt sozusagen antizipieren, wie es ja oft so ist, dass man vorher einsteigt, bevor es dann soweit ist? Ich und wir bei der Postfinanz sind schon der Meinung, dass man vorsichtig bleiben soll. Wir sind bei den Aktien untergewichtet. Wir glauben daran, dass hier durchaus noch eine Rezession folgen wird in Europa und in den USA. In der Schweiz kommen wir vielleicht knapp drum herum. Aber für eine Bereinigung oder nachhaltige Senkung der Inflation ist das fast wie nötig, dass das noch kommen wird. Du machst mir jetzt so ein bisschen Angst hier mit dem Wort Rezession. Also das hören wir ja alle nicht gerne. Also wir haben ja auch über diese weiche Landung, dieses Softlanding und eben nicht weiche Landung und wie die da noch immer ausgeht. Eine nicht weiche Landung ist nie gut. Sollen wir uns da jetzt echt Sorgen machen mit der Rezession oder ist das vielleicht sogar genauso, wie wir es haben wollen? Es kommt immer darauf an. Aber eine Rezession hilft ja eben dabei, eigentlich die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Und es kommt darauf an, wie stark die Rezession sein wird, ob es ein Softlanding wird. Ich weiss nicht, wie viel es wirklich gegeben hat in den USA. Man spricht eigentlich immer davon. Aber ja, auf der anderen Seite ist es ein bereinigender Effekt. Und die Aktien sind ja eigentlich Frühindikatoren. Also das heisst jetzt auch nicht, ich glaube, dass es noch eine Delle gibt, aber es heisst ja nicht, also am Anfang der Rezession werden die Aktien auch wieder steigen. Also ganz so gefährlich auch nicht. Wir sind Untergewicht, aber wir haben nicht keine Aktien. Wir sind einfach Untergewicht. Was man im Moment so richtig immer wieder hört, sind Schwellenländer. Schwellenländer, die wachsen schneller. Und da sollte man dann auch meinen, dass die mehr Chancen auf der Aktiensicht bieten. Gleichzeitig sind Schwellenländer natürlich traditionell immer mit diesem grossen Risiko behaftet. Wie siehst du das? Ist es Zeit für Schwellenländeraktien? Tatsächlich sind wir übergewichtet in Schwellenländeraktien. Das einerseits, weil der Dollar ein bisschen schwächer wurde und weil wir auch denken, dass der Dollar überbewertet ist und noch schwächer wird. Das ist tendenziell sehr gut für Schwellenländer. Und auf der anderen Seite, weil sie auch wirklich die Wirtschaftsdaten sind, besser in vielen Schwellenländern. Da insbesondere Indien und Indonesien, die überrascht haben und eigentlich gut laufen. Also für uns durchaus ein Grund für ein Übergewicht in Schwellenländern. Fieber, jetzt mach mal halblang. Indien habe ich gehört. Indien erzählt man uns seit 30 Jahren, würde ich jetzt mal so sagen. Die kommen jetzt dann bald. Und bald ist immer noch nicht. Ist es jetzt echt soweit? Ja, ich würde wahrscheinlich fast ein bisschen gleich argumentieren. Der Evergreen immer wieder, immer wieder. Aber ich spreche eigentlich von kurz- oder mittelfristiger Entwicklung. Im Moment laufen sie besser, viel besser. Und es geht eigentlich auch um relative Performance gegenüber den Industriewerten. Aber wenn du mich fragst, was dieses Mal ein bisschen anders ist und vielleicht auch für längere Frist spricht, das ist eigentlich so der Trend weg von China. Indien kann profitieren. Hat immer noch eine sehr junge Workforce. China ist ja ein bisschen am Überalter. In Indien haben wir das Problem nicht. Also von dem her glaube ich durchaus, dass es langsam dann mal in diese Richtung gehen könnte. Aber ich sage auch nicht, dass in fünf Jahren Indien China überholt oder so. Okay, ich schreibe mir das trotzdem mal auf. Indische Aktien kaufen. Okay, merken Sie sich das auch. Jetzt, weil ich aber überhaupt noch nicht gehört habe, Philipp, was ist das? Kannst du raten? Schweizer Aktien. Schweizer Aktien, genau. Sind die denn völlig out? Oder bist du nur noch nicht dazu gekommen, weil ich dich nicht gefragt habe, dafür eine Lanze zu brechen? Nein, natürlich. Schweizer Aktien sind nie völlig out. Für einen Schweizer Anleger gehören Schweizer Aktien in ein gut diversifiziertes Portfolio. Auch bei uns im Gegensatz sonst zu Aktien sind wir neutral gewichtet. Also wir glauben auch nicht gerade, dass es einen riesen Hype ergeben wird. Aber wir glauben auch an den defensiven Charakter der Schweizer Aktien. Also das ein bisschen als, ja, um ein bisschen defensiver zu gewichtet zu sein, haben wir Schweizer Aktien durchaus auch in den Portfolios. Und innerhalb, sagen wir, der defensiven Bereiche im Schweizer Aktienmarkt, welche Bereiche bevorzugst du da? Wo würdest du dein Geld investieren? Ja, da würde ich in Pharma und Medtech gehen, aufgrund des langfristigen demografischen Wandels und eben auch aufgrund des defensiven Charakters. Da fährt man sicher in der nächsten Zeit relativ gesehen besser. Okay, also mehr wahrscheinlich, wenn du sagst defensiv, so ein bisschen die Schwergewichte der Schweizer Aktienlandschaft im Bereich Pharma. Und das wären dann wahrscheinlich Novartis und Roche und so weiter. Also vielleicht noch Alcon und ein, zwei andere. Aber da würdest du sagen, defensiv, weil man sozusagen mit den Schwellenländern dann doch ein bisschen mehr Risiko eingeht, braucht man diesen defensiven Anker, vielleicht auch der Franken, der dann schön stabil ist. Siehst du da eigentlich sozusagen Potenzial auf der Frankenseite? Also wird der Franken noch stärker? Hast du dir da auch schon mal darüber Gedanken gemacht? Man hört ja 80 gegenüber dem Euro. Ja, das sagt unser Modell auch. Die Frage ist natürlich immer, bis wann. Die Kaufkraftparitäten, ja, es kann manchmal drei, vier, fünf Jahre gehen, aber wir glauben eigentlich auch gegenüber dem Dollar und gegenüber dem Euro, dass sich der Schweizer Franken aufwerten wird. Auch das spricht natürlich für Schweizer Aktien, für einen Schweizer Anleger, dass er nicht so viele Fremdwährungsrisiken eingeht. Noch zwei ganz kurze Fragen. Einmal Amerika über- oder untergewichten? Untergewichten. Untergewichten. Und ich sage jetzt mal, der europäische Aktienmarkt bis Ende Jahr plus oder minus wieviel Prozent? Zuerst eine Delle, am Schluss etwa wieder auf gleichem Stand. Okay, also das heisst, richtiges Timing ist wichtig, wenn man hier Geld verdienen will. Danke vielmals, Philipp. Jetzt kommt noch mein Trading-Tipp. Das ist ein Unternehmen, das ist besonders gut im Bereich des Cloud Computing und zwar dort im Segment Life Sciences und Pharma. Das Unternehmen heisst Viva Systems und ist ein amerikanisches Unternehmen. Die sind so 20, 30 Milliarden Dollar wert und damit für Tech-Unternehmen in der Liga noch gar nicht so groß. Also noch so ein bisschen Geheimtipp, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber was daran schön ist, die sind im Moment halb so viel wert, wie sie mal waren und haben gerade einen ganz, ganz tollen Abschluss vorgelegt. Die sind super innovativ. Ich habe mir letztens den Singularity Innovation Index angeschaut und die sind dort mit 100 bewertet, also dem höchsten Score überhaupt. Als kleiner Vergleich, Apple ist mit 10 bewertet in diesem Score. Also ich finde im Moment, Viva Systems ist ein super Tipp, wenn sie ein bisschen Risiko eingehen können. Und apropos Risiko, ich habe vorher vergessen zu fragen, der Schweizer Markt, wie siehst du den denn Ende Jahr? Vielleicht, wenn wir den F&W Swiss 50 Index anschauen. Ja, der steht heute bei 2.150 und da gehe ich davon aus, dass der leicht höher stehen wird Ende Jahr bei 2.300, mein Tipp. Also eher Schweizer als Europa in dem Fall? Ja, definitiv. Mit dem würde ich sagen, wir verabschieden uns bei euch allen. Sagt uns, was ihr gerne möchtet für die nächsten Cocktails und bis bald.